Seit jeher strebt PolyClip System nach Exzellenz. Selbstverständlich auch, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Betrachten wir unsere innovativen Verpackungslösungen. Ihr wesentlicher Bestandteil, der Clip. Wir nennen unsere innovativen und nachhaltigen Verpackungslösungen, kurz ClipHack. Und was macht ClipHack so nachhaltig? Eine Studie von Fraunhofer Umsicht aus dem Jahr 2019 bestätigt, dass die Clip-Verschlusslösung im Vergleich zum Spritzgussbecher bis zu 64% weniger klimaschädliche Treibhausgase verursacht und im Vergleich zur Tiefziehverpackung sogar bis zu 81% weniger. Wäre der gesamte Wurstaufschnitt in Deutschland mit Clip-Verschlusslösungen verpackt, würden die eingesparten CO2-Äquivalente mehr als 170 Millionen gefahrenen Autokilometern entsprechen. Das entspricht der 450-fachen Entfernung von der Erde bis zum Mond. Das ist mehr als beeindruckend. Doch was leisten unsere Clip-Verschlusslösungen noch alles? Clip-Verschlusslösungen brauchen 90% weniger Platz im Vergleich zu anderen Verpackungsarten. Das spart Ressourcen nicht nur beim Transport, sondern auch bei der Lagerung von Verpackungsmaterial. Clip-Verschlusslösungen sind sicher, hygienisch, passgenau und ressourcenschonend. PolyClip-System lässt seine Verbrauchsmaterialien vom SGS-Institut Fresenius zertifizieren. Sicherheit bietet auch der einzigartige RID-Clip, mit dem es möglich ist, einen bakteriendichten Clip-Verschluss zu erzeugen. Für höchste Qualität und Sicherheit steht das Safety-Clip-System von PolyClip-System. Der Safe-Code-Clip und die Safe-Seal-Schlaufe gewährleisten eine hohe Prozesssicherheit und können unbedenklich in Kontakt mit Lebensmitteln kommen. Die Safe-Seal-Schlaufe gewährleistet eine hohe Halte- und Tragekraft für Ihre Produkte. Alle diese einzigartigen Leistungen machen die Clip-Pack-Clip-Verschlusslösungen von PolyClip-System so nachhaltig. Aber Nachhaltigkeit hört nicht bei der Verpackung auf. Wir wollen mehr. Durch die deutliche Senkung des Gebäudeenergieverbrauchs am neuen Standort in Hattersheim trägt das Unternehmen aktiv zum Klimaschutz bei. Neben dem Strom konnte auch der Gasverbrauch pro Kubikmeter Raumvolumen signifikant gesenkt werden. Klimaschutz bedeutet auch weniger Flugreisen. So hat PolyClip-System die Flugkilometer bei Geschäftsreisen um mehr als drei Viertel gesenkt. Und das bei insgesamt steigenden Geschäftsaktivitäten. PolyClip-System denkt in jeder Hinsicht weiter. Neun von zehn Zulieferern stammen aus Deutschland. Mehr noch, über 80 Prozent der Zulieferer haben Wege von kürzer als 300 Kilometern zu einem der Standorte Hattersheim oder Gedern und fast 40 Prozent der Zulieferer sogar kürzer als 100 Kilometer. So achtet PolyClip-System nicht nur auf die exzellente Qualität zugelieferter Materialien made in Germany, sondern auch auf einen möglichst geringen Lieferverkehr. We care for sustainable packaging to reduce carbon footprint. PolyClip-System – Excellence in Clipping سبus ging, SAP ethische Werner von von